Wahrheit 1, ich halte eine Begrüßung für dieses Video für unnötig. Wahrheit 2, ich bin ein Meister des Schwertkampfs und kann alle Okkulten Künstler. Ich kann sowohl die große Sprungattacke als auch die große Wirbelattacke. Insider! Wahrheit 3, ich bin in einigermaßen vernünftige Cosplays verliebt und hoffe, dass meine Freundin mal eine Cosplayerin sein wird. Wahrheit 4, Wahrheit 1, 2 und 5 habe ich von Cassiopeia geklaut. Wahrheit 5, ich halte dieses Video für unnötig und sinnlos und ich glaube, es ist nicht mal würdig auf YouTube hochgeladen zu werden.